Unter dem Motto der Zukunft einen Schritt voraus präsentierte sich AVL-D-Test auf der Automechanica 2018. Im Fokus standen die bahnbrechenden Software- und Gerätelösungen für den automobilen Entwicklungs- und Aftersales-Bereich, die in fünf Kategorien des Innovation Award nominiert wurden. AVL-D-Test setzt das gesamte Spektrum innovativer Technologien ein, um Fahrzeughersteller, Werkstätten und Prüforganisationen auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Wir haben hier auf der Automechanica beim Innovation Award in fünf Kategorien eine Auszeichnung erhalten. In zwei davon sind wir als Sieger hervorgegangen. Wir werten das als Belohnung für unsere sorgfältig entwickelte langfristige Unternehmensstrategie deren Dreh- und Angelpunkt eben Forschung, Entwicklung und Innovation ist. Grund dafür sind unsere Mitarbeiter mit ihrer Innovationskraft, ihrer Begeisterung und ihrer Zielorientierung. Gemeinsam mehr erreichen. Dieser Gedanke ist ebenso wie der hohe Anspruch an Qualität und Service fest in der Philosophie von AVL-D-Test verankert und bildet den Grundstein für die Innovationskraft. Das jüngste und neueste Produkt in unserer Portfolio ist die akustische Kamera. Diese ermöglicht es erstmalig im Werkstättenumfeld akustische Geräuschquellen zielgerichtet zu lokalisieren. Ein weiterer großer Innovationsbereich der AVL-D-Test befindet sich im Bereich der Digitalisierung. Hier ist das vernetzte Fahrzeug eine große Chance für uns und unsere Kunden. Es bietet erstmalig die Möglichkeit permanent mit dem Fahrzeug in Kontakt zu sein und damit präventiv und proaktiv Reparaturfälle zu erkennen und diese bereits durchzuführen, bevor das Fahrzeug wirklich liegen bleibt. Von der Konzeption bis hin zur Implementierung maßgeschneiderter Lösungen. Als zuverlässiger Partner setzt AVL-D-Test bereits am Beginn der Wertschöpfungskette an und bietet damit mehr als nur die reine Ausstattung mit Geräten und Software-Tools. Der Zukunft einen Schritt voraus. Vertraue und Farbe Wohnen